Total bewölbt, Hammerscheiße, wird heute nichts mit, weiß ich nicht, Grillen oder so, ähm, Jung, er läuft da durch, gibt ihr, dann sind wir gleich 31, dann gucken wir mal, was die F2 so kann, bestimmt auch wieder, äh, Thunder Javelin, heißt die Attacke und die kann, nicht viel, 1000, es geht immer in die Hälfte, das ganze, die Cooldown liegt bei, 9 Sekunden hat das jetzt nicht so prickelnd, so auf 6, 7 Sekunden wäre das schon ein bisschen geiler, aber der Damage von dem ist, okay, von der Javelin, Mustafa Dreiting, äh, Tark, hat Salomon gehätscht, Leck Atomon, du Arschgesicht, wo wir dich haben, 96 Zentimeter, 5 von 5, ja, I hate you, und ein, ja, jetzt klaut er mir auch noch die Idee, Lady, kann doch nicht wahr sein, hab ich gerade noch gesagt, ihr könnt die Lady nennen, ahhhh, also ist Lady schon mal ausgeschlossen, ähm, wir könnten die Schildtante nennen, oder, keine Ahnung, ich weiß nicht, fällt nichts ein, ähm, kennt sich jemand von euch mit Final Fantasy 13 zum Beispiel aus, ich könnte die Fang nennen, oder, äh, oder Vanille, das wär doch ne Idee, Fang ist doch cool, aber ich glaub, mein Ding ist heiß schon Fang, mein, mein, ach ne, den hab ich ja gelöscht von Omegamon, mein Omegamon wurde ja gelöscht, äh, beziehungsweise hab ich gelöscht, so, so, ach ja, ich kann ja jetzt Punkte verteilen, ich bin joh, so, jetzt macht er 1-1 wahrscheinlich, so, fast 1-2, ja, jetzt sind schon, wieder 100 damage mehr, das ist so okay, das kannst du doch nicht leckern, wir haben Prozente, wir haben 20, 2%, ja, wir haben schon mit Schlimmeren gelevelt, aber natürlich auch mit Besserem, also, javelin, bitte sagt, das ist meins, nein, ist nicht meins, fuck you, fuck you, Nabila Lulu, Nabila Lulu, alles gleiche, das war seins, das haben wir gesehen, weil der die XP bekommen hat und dadurch Level abgeschoben hat, oder sie, wir wollten uns vor langer Zeit mal einen Tamer besorgen, einen anderen, weil die ganze Zeit mit Dingens rumrennen ist auch ein bisschen kaka, obwohl ich den schon ganz cool finde, ja ist er, Canon Queer, Kenan, so, ja, lassen wir das erstmal, wir bewegen uns, was haben wir bekommen, Tricor, was kommt raus, Attack und Crit, bei dem, Shiny High Proofed Tricoring, Attribute plus 96%, 0, ja, 96% werden 1 HP und Attack, ich weiß nicht, auf DS können wir ja ein bisschen scheißen, so gesehen, Digital Power Renewal, mehr HP ist nicht schlecht, ein bisschen mehr Attack ist auch okay, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, 554 oder, ja wir nehmen die 54, mehr Damage ist immer okay, so, Wollten wir jetzt, Salomon, nö, wir wollten, wir wollten, wir wollten, das hier, Time Dimension Bomb, Western Village, Western Village, Einmal strecken, so, mal schauen, ob wir ein paar Black Gartumon Eier finden, vielleicht können wir jetzt gleich schon mal tätschen, wäre ja nicht schlecht, würde ich sagen, bisschen Geld haben wir ja, dann könnten wir als nächstes, nachdem wir den ja auf 1,40 gemacht haben, Black Gartumon Level, du sollst den anklicken, genau, D-Terminal, super, masterrat, was mir bei Fraps, ein bisschen fehlt, ist so die Anzeige, wie lange man aufnimmt oder so, das wäre ganz cool, wenn der hier irgendwie unten in der Ecke so, weiß ich nicht, irgendwie sowas hättest, guck mal her, du wirst wieder zum Metamon, zu geil, Siakomon, Siakomon, so heißt das wie, gehen wir mal kurz Cash up, die Oberteile habe ich schon gesehen, dass es die gibt, Savers only, Adventurers only, Dress ist nur für Yoshino, naja, finde ich nicht so geil, das sieht bestimmt geil aus, aber, naja, Event, das heißt, man gibt es wieder hinterhergeschmissen, Death X Antibody, Death X Seed, für wen ist denn das, Riding Mode Evolution, so dumm, es ist auch wieder Riding Mode, okay, aber ansonsten, neue Digi Eier, die gab es vorher schon, die gab es auch alle vorher schon, ui, der kostet nur 10, okay, die gab es auch vorher schon, Salomon kostet, ui, Black Atomone auch, wo warst du, Black, 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 zu schade, zu schade, Gilmore, Ansonsten nicht wirklich etwas war, nichts Neues, Data Evolution, Special, gibt es auch nichts Neues, ähm, ählelelele, Main, was ist denn da so, steht denn hier, MAD, MAD Package gibt es wieder, uuuh, das wäre ja cool, Schicken Combo 100 Stück, Change, Tamer Name, ne, brauchen wir nicht, 5x 1000er Booster wäre ganz nice, Adventure, Avatar ist auch fett, 208 basic, das ist so 14 Euro ungefähr, ein bisschen mehr, hm, schwierig, ähm, Avatar für ein Thema gibt es, Seal Opener, was sind denn Seals? A close seal item, you can trade closed seal items, with the, with other players, mercenaries, growth factor, ähm, it is installed to Digimon Incubator to use, to boost the Digimon's growth factor, Digimon Incubator, und install it to use, okay, äh, ich glaube das war der Scheiß, den ich schon auf dem Korea Server gesehen habe, hm, hm, ähm, was wollten wir jetzt, genau, erstmal den ganzen Scheiß hier so, du, kommst returning, ach ja, klar, ähm,